Chat-GPT und gutefrage.net sind sehr unterschiedliche Plattformen und es ist schwierig, sie direkt zu vergleichen. Chat-GPT ist ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der auf einer komplexen neuronalen Netzwerkarchitektur basiert und darauf trainiert wurde, auf eine Vielzahl von Fragen zu antworten und Benutzern zu helfen, Informationen und Lösungen für ihre Probleme zu finden. Chat-GPT kann eine breite Palette von Themen abdecken und verwendet Sprachverarbeitungstechnologien, um natürliche Gespräche mit den Benutzern zu führen. Gutefrage.net ist eine deutsche Community-basierte Frage- und Antwortplattform, auf der Benutzer Fragen stellen, Antworten geben und diskutieren können. Die Plattform deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter Technologie, Gesundheit, Lifestyle und Bildung. Wenn Sie eine spezifische Frage haben, kann Chat-GPT Ihnen möglicherweise schnell und effektiv eine Antwort geben, wenn Sie jedoch eine Meinung oder Erfahrung zu einem bestimmten Thema suchen, kann Gutefrage.net eine gute Option sein, da Sie von anderen Benutzern direkt Feedback erhalten können. Letztendlich hängt die Wahl zwischen Chat-GPT und Gutefrage.net von Ihren spezifischen Anforderungen und Präferenzen ab. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.